Rottweiler. Heute dreht sich alles um den Rottweiler. Ich habe für dich die zehn wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Rottweiler vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Rottweiler ist eine kräftige und selbstbewusste Hunderasse, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Sie wurden ursprünglich als Arbeitshunde eingesetzt und sind heute in vielen Bereichen, wie beispielsweise Schutzhundearbeit, Such- und Rettungsarbeit und als Familienhunde zu finden. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese beeindruckende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Rottweilers. Der Rottweiler hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert in der Stadt Rottweil in Deutschland. Die Rasse wurde gezüchtet, um Vieh zu treiben und als Fachhund zu dienen. Durch ihre Kraft, Ausdauer und Intelligenz wurden sie auch als Zug- und Polizeihunde eingesetzt. Heute sind sie aufgrund ihrer Vielseitigkeit in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen und als Familienhunde beliebt. Der Rottweiler ist bekannt für sein selbstbewusstes und wachsames Wesen. Sie sind intelligent, mutig und loyal, was sie zu guten Schutz- und Wachhunden macht. Die Rasse ist auch sehr anhänglich und möchte immer in der Nähe ihrer Familie sein. Rottweiler sind gutmütig und können mit einer konsequenten Erziehung zu zuverlässigen und freundlichen Begleitern werden. Passt der Rottweiler zu mir? Der Rottweiler ist nicht unbedingt für Hundeanfänger geeignet, da er eine starke und konsequente Führung benötigt. Allerdings kann ein erfahrener Hundehalter die Rasse zu einem treuen und beschützenden Familienmitglied erziehen. Rottweiler benötigen regelmäßige körperliche und geistige Auslastung und sind gut für Hundesportarten wie Schutzhundearbeit, Agility oder Obedience geeignet. Wenn du einen Rottweiler in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 800 bis 2000 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Rottweiler? Erziehung und Entwicklung des Welpen Rottweiler sind intelligent und lernwillig, was die Erziehung erleichtert. Allerdings benötigen sie eine konsequente und liebevolle Führung, um zu treuen und gehorsamen Begleitern heranzuwachsen. Eine frühe Sozialisierung und das Kennenlernen verschiedener Umweltreize sind wichtig, um den Welpen zu einem ausgeglichenen und selbstsicheren Hund zu erziehen. Wie viel Beschäftigung braucht der Rottweiler? Der Rottweiler benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Sie sind starke und ausdauernde Hunde, die gerne laufen, ziehen und spielen. Hundesportarten wie Schutzhundearbeit oder Agility können eine gute Möglichkeit sein, den Hund zu beschäftigen und auszulasten. Gesundheit und Pflege Die Pflege des Rottweilers ist relativ unkompliziert, da sie ein kurzes und pflegeleichtes Fell haben. Es empfiehlt sich, das Fell regelmäßig zu bürsten, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Achte darauf, Ohren und Augen regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen, um möglichen Infekten vorzubeugen. Rottweiler können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüft- und Ellbogendysplasie, verschiedene Augenerkrankungen und Herzerkrankungen. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Rottweiler haben im Laufe der Jahre einen gewissen Ruf als aggressive Hunde erlangt. Dies ist jedoch in erster Linie auf schlechte Haltung und mangelnde Erziehung zurückzuführen. In den richtigen Händen und mit einer konsequenten Erziehung sind Rottweiler loyale und liebevolle Familienmitglieder, die ihre Familie beschützen und unterstützen. Die Rasse hat auch in einigen Film- und Fernsehrollen mitgewirkt, wie zum Beispiel in den Filmen The Omen und Man's Best Friend. Diese Darstellungen zeigen, dass Rottweiler sowohl furchterregende als auch treue Begleiter sein können, je nachdem, wie sie erzogen und gehalten werden. Das waren die wichtigsten Punkte zum Rottweiler. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.